jo leute herz willkommen zu einem neuen special video zur minecraft bedrock edition heute zeige ich euch mal ein paar partikel commands ich habe schon einiges hier aufgebaut wie ihr das so seht wir werden das so machen ich werde euch den command oder beziehungsweise die partikel zeigen und dann die befehlseingabe dazu zeigen so als erstes haben wir mal hier so einen kleinen partikel command ja ich schaue wir schauen uns den einfach mal so ein bisschen an so könnt ihr das dann auch sehen wie die partikel so aussehen so dann schließe ich ihn wieder und dann gehen wir mal hierhin auf die befehlseingabe das müsst ihr eingeben um diesen partikel command zu bekommen so liebe leute dann gehen wir einfach mal weiter hier haben wir einen etwas stärkeren partikel finde ich ganz cool sieht so ein bisschen sternhaft aus so hier der befehl wenn es zu schnell geht leute dann einfach nur pausieren dann kriegt er das auch locker hin den nächsten command ich finde den auch ganz cool sieht so ein bisschen aus wie so ein ja wie so ein absorbierendes etwas finde ich ganz cool so hier der command dann der nächste ja das ist natürlich auch nicht so schlecht ist zwar ein bisschen farblos aber hat einen coolen effekt so the next one please den finde ich ganz cool hat irgendwas ich mag irgendwie auch die farbe um die das so nach oben steigt nicht schlechte specht so ja das ist einfach nur fließende lava aber es hat irgendwas ne ist zwar etwas klein aber ich finde das auch gar nicht mal so schlecht vor allem farblich finde ich das ganz angenehm so nein erst ein hebel hier diese noten blöcke die nach oben gehen auch ganz witzig irgendwie so ja hier so redstone was einfach so in der luft schwebt ja das sieht auch irgendwie abgefahren aus man kann halt nicht allzu viel zu den partikeln sagen meistens ähm lassen die partikel ja sprechen die schon ihre eigenen worte man sieht einfach wie die aussehen und das dem finde ich ganz cool hier ja so ein grüner stern so ein bisschen wie so ein 3d stern diese wassertropfen rain splash partikel alles auf englisch natürlich hier die finde ich auch ganz cool feuerpartikel feuerpartikel so mob flame single ja das finde ich persönlich auch sehr gut das gefällt mir ist mit einer in den top 5 bei mir gefällt mir sehr gut hat so eine art ist so wie so eine art feuerwerk sieht das aus lava partikel ja kann man machen ist jetzt nichts großartig besonderes ja klein aber fein noch kleiner das sieht irgendwie witzig aus als wird irgendwie was zerkleinert so das finde ich ganz cool es hat irgendwas hier oben ja sieht ein bisschen crazy aus ich weiß nicht genau was das darstellen soll aber ich zeige euch alles das ist abgefahren leute das ist ja richtig black richtig schwarz Minecraft also evoker spell ok oh ich sollte den mal ausmachen nicht dass es gleich alles anfängt zu lecken hier der verschwindet gleich es dauert ein bisschen länger ja ist das auch interessant hier aber ich sollte den vielleicht auch ausmachen dann verschwindet der auch wirklich das sieht auch ganz witzig aus ok das ist auch einer meiner highlights diese herzen finde ich ganz cool hot partikel das ist ein bisschen größerer partikel da muss ich ein bisschen weiter weg gehen auch geil machen wir den mal wieder aus hier sonst kann man ja kaum noch was sehen auf dem bildschirm etwas kleiner gehalten aber schön detailliert ne also diese halbringe da diese kringel ein hauch von nichts als würde man irgendwie asche zerbröseln das ist auch geil als würde man in so einer anderen dimension gerade sein oder mitten im weltall so stehen finde ich ganz cool totem manual und eine kleine flamme so haben wir die alle jetzt eigentlich schon durch stimmt die haben wir schon alle durch ja ich habe mal so ein paar partikel ausgesucht ein paar verschiedene artikel äh artikel es gibt wahrscheinlich noch ganz viele verschiedene partikel commands aber ich dachte mal so das ist eine kleine auswahl da seht ihr mal überhaupt was es so für partikel gibt liebe leute und jetzt zum schluss hauen wir nochmal alle partikel raus schreibt mir gerne mal in die kommentare welchen partikel ihr am besten fandet hiervon würde mich mal sehr interessieren wahrscheinlich sind die meinungen sehr unterschiedlich tippe ich mal nicht jeder findet dasselbe gut denke ich ist ja schon eine gute auswahl hier ich hätte das vielleicht hier noch mit redstone alles verbinden sollen dann hätte ich alle schalter auf einmal runter drücken können das wäre bestimmt witzig gewesen aber jetzt machen wir alles mal von hand manuell so liebe leute so sieht das aus wenn alle partikel angestellt sind und ja ich äh ja die map ist noch nicht abgestürzt es läuft immer noch halbwegs flüssig liebe leute ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen nach oben da und vergesst nicht in die kommentare zu schreiben welchen partikel command ihr am besten fandet also leute ich bin raus und sage bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal